Eugenik oder Eugenethik bezeichnet seit 1883 die Anwendung theoretischer Konzepte auf die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik mit dem Ziel, den Anteil positiv bewährte Etat-Erb-Anlagen zu vergrößern und den negativ bewährte Etat-Erb-Anlagen zu verringern. Der britische Anthropologe Francis Galton prägte den Begriff. Um 1900 entstand auch der Gegenbegriff Dysgenik, der Lehre von der Akkumulierung und Verbreitung von mangelhaften Genen und Eigenschaften in einer Population, Kerasse oder Art bedeutet. Eugenische Betrachtungen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet und wurden breit diskutiert. In Großbritannien führten insbesondere der Burenkrieg bei dem schwerwiegende Probleme aufgrund des Mangels an tauglichen Rekruten, außenpolitischen Bedeutungsverlustängsten und innenpolitischen Degenerationsvorstellungen im Umfeld des Ersten unter den Bedingungen der Massendemokratie geführten Englischen Krieges zusammenkamen. Zur Formierung einer aktiven Eugenikbewegung. Zu den bekannten Vertretern gehören unter anderem Margaret Sanger, Julian Huxley, John Maynard Keynes sowie George Bernard Shaw. Dabei wurde eine aktive und passive Eugenik unterschieden. In der populären gesellschaftspolitischen Diskussion spielen bis heute biologistische Interpretationen der Vererbungslehre sowohl nach Mendel als auch verhaltensorientierter Prägung in der Tradition des Lamakismus eine wichtige Rolle. Entsprechende Standpunkte fanden in der Gesetzgebung einer Reihe von Industrieländern zu Immigration, Schulpolitik und zum Umgang mit Minderheiten ihren Niederschlag. Die britische Eugenikbewegung stand dabei nach einer langen Periode des Liberalismus für eine aktive Rolle des Staates in diesen Politikfeldern und sprach auch klassische sozialdemokratische Vertreter, so in der Fabian Society an. Dabei wurde in klassischen Einwandererländern wie Kanada und Australien vor allem der Umgang mit Zuwanderern wie der mit ethnischen Minderheiten unter eugenischen Gesichtspunkten betrachtet. Etliche der damals durchaus als fortschrittlich geltenden Maßnahmen werden heute als rassistisch motiviert empfunden und bedauert. In Japan und Deutschland beides ehemalige Agrarstaaten mit dazu mal wenigen Einwanderern, die eine rasante Wachstumsphase durchlebten, wurde der Begriff unter dem Schlagwort Rassenhygiene und Blutreinheit subsumiert und breit aufgenommen. Die nationalsozialistische Rassenhygiene diente zur Rechtfertigung von Massenmorden an als lebensunwert definierten Menschen, etwa in der Aktion T4, und zu Menschenversuchen in verschiedenen Konzentrationslagern. In der Nachkriegszeit wurde der Begriff von Laien wie von Fachleuten mit diesen und weiteren Verbrechen im Nationalsozialismus wie auch mit Kriegsverbrechen der japanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, insbesondere durch Einheiten der kaiserlich-japanischen Armee in Verbindung gebracht. Insbesondere in Deutschland wurde Rassenhygiene wie der Eugenikbegriff fortangemieden. Ende des 20. Jahrhunderts wurde aufgrund der Fortschritte sowohl in der Genetik als auch der Reproduktionsmedizin die ethische und moralische Bedeutung eugenischer Fragestellungen auch im deutschen Sprachraum erneut breiter diskutiert. Dabei wird der Ausdruck gelegentlich ebenso als Kampfbegriff verwendet. Die nahezu ungebrochene Tradition im englischen Sprachraum hat diese Entwicklung erst später nachvollzogen. Die bedeutende British Eugenics Society wurde erst 1989 in Galten Institute umbenannt. Grundlagen Selbstverständnis Galten verstand Eugenik als Wissenschaft im Dienst einer gesünderen Menschheit. Schon ihre ersten Vertreter betrachteten Bestrebungen nach sozialem Ausgleich, Zivilisierung von Gesellschaftskrisen und Angleichung der Lebenschancen als nachteilig für die Volksgesundheit und die biologische Höherentwicklung. Um die Nachkommenschaft von zugleich als minderwertig bewerteten Kranken zu verringern oder zu verhindern und gesunden und damit angeblich höherwertigen Menschen bessere Zukunftschancen zu eröffnen, forderten sie politische Eingriffe. Ihre Hauptvertreter sorgten nicht nur für die theoretische Grundlegung und Verbreitung, sondern in Ansätzen auch für die politische Durchsetzung ihrer Forderungen durch eine entsprechende Gesundheits-, Sozial- und Bevölkerungspolitik. Unbedenklich wurden aus der Tierzucht übernommene Vorstellungen auf den Menschen übertragen. Durch Begünstigen der Fortpflanzung gesunder etwa frühen Eheschluss und Belohnung hoher Kinderzahlen, verhindern der Fortpflanzung Kranker, zum Beispiel durch Empfängnisverhütung, Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation sollten die Erbeanlagen in der Bevölkerung langfristig verbessert und Erbkrankheiten vermindert werden. Motiviert wurden solche Ideen stark durch die von verschiedenen sozial-darwinistischen Richtungen vorausgesagte Degeneration der Gesellschaft bzw. der Rassen, die sie aufgrund einer angenommenen Ausschaltung der natürlichen Auslese durch zivilisatorische Einflüsse erwarteten. Anwendung der Eugenik Eugenische Ziele wurden methodisch auf dreierlei Wegen verfolgt, zum einen als autoritär und gesetzlich durchgesetzte Vorgabe des Staates. Wie bei der erzwungenen Sterilisation einzelner Menschen oder ganzer Gruppen von Menschen und mittels jutschienisch begründeter bzw. bementelter Restriktionen bei Zuwanderung, Bildung und Freizügigkeit. Des Weiteren als von staatlichen oder privaten Institutionen an empfohlene Regelung, etwa bei Voruntersuchungen von Schwangeren, zuletzt als persönliche Entscheidung der Paare, etwa beim Bekanntsein oder Bekanntwerden von Erbkrankheiten im Zusammenhang mit einer humangenetischen Beratung. Punkt. Der französische Philosoph Michel Foucault betonte den Charakter von Eugenique Rassen Hygiene und Bevölkerungspolitik als neue Machttechnik, die er als Biopolitik bezeichnete. Die Anfangsgründe dieser neuen Machttechnik sah Foucault bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Aufkommen des Bürgertums und dessen intensiver Beschäftigung mit der Sexualität, die zunehmend staatlichen Regelungen unterworfen wird. Strukturelemente des rassenhygienischen Paradigmas Nach Hans-Walter Schmühl kennzeichnen vier Strukturelemente das rassenhygienische Paradigma. Die Rassenhygiene stützte sich auf das für die Theoriebildung des Sozialdarwinismus grundlegende monistische Axiom, demzufolge das Gesellschaftsgeschehen auf Naturgesetzen, nämlich auf den für die darwinistische Involutions- und Selektionstheorie aufgezeigten Entwicklungsgesetzen Beruht von dieser Prämisse ausgehend konstituierte sich der Sozialdarwinismus als Naturlehre der Gesellschaft. Die Rassenhygiene setzte den für die selektionistische Phase des Sozialdarwinismus charakteristischen Primat des Selektionsprinzips voraus, der mit einer Relativierung der für die evolutionistische Phase des Sozialdarwinismus typischen teleologischen Dimension des Involutions-Theorems verbunden war. Die Rassenhygiene empfing dynamisierende Impulse aus der Dichotomie, der Unvereinbarkeit von Degenerationstheorien und Züchtungsutopien. Die Rassenhygiene entwickelte auf der Grundlage einer bioorganismischen Metaphorik einen entschiedenen Anti-Individualismus, der den Wert des Menschenlebens gegenüber der als höhere Seinsstufe verstandenen Gesellschaft relativierte. Anführungszeichen Punkt Zentraler Bestandteil des Rassenhygienischen Paradigmas sei das Degenerationskonzept, da sich die Träger minderwertigen Erbguts-Roscher vermehrten als die Träger hochwertiger Erbanlagen, so dass es von Generation zu Generation zu einer progressiven Erosion der genetischen Substanz bezogen auf die Gesamtbevölkerung kommen müsste, wodurch sich die apokalyptischen Bevölkerungsdiskurse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erklären lassen. Hintergründe Vordenker Die moderne Eugenik entstand im 19. Jahrhundert. Hingegen sind Vorstellungen, Maßnahmen und Begründungen von staatlichen und gesellschaftlichen Eingriffen und Einflussnahmen auf die Reproduktion bereits seit der Antike bekannt. Sie finden sich bereits in Platons Politeia, die sich hier jedoch auf das staatliche Selektieren und Erziehen von sogenannten Wächtern beschränkt und nicht etwa auf die Bewertung ihres Erbguts abzielen. In der Renaissance finden sich entsprechende Gedankengänge in den sozial-utopischen Schriften Utopia von Thomas Morus, Nova Atlantis von Francis Bacon und La Citta del Sole von Tommaso Campanella, Govaino Der französische Schriftsteller Arthur de Govaino publizierte 1852 bis 1854 einen vierbändigen SISU-Elinegeleit des Races Humaines, in dem er das Konzept der Rassenmischung einführte und den in der Sprachwissenschaft gebräuchlichen Begriff des Arias in den Bereich der Rassentheorien übernahm. Er postulierte eine nordisch-arische Ursprungsrasse und propagierte deren Erhaltung oder Wiederherstellung durch Menschenzüchtung und Auslese. Die Vermischung von Rassen betrachtete er als schädlich, was damals plausibel war, da man nach einer verbreiteten Hypothese die Vererbung an das Blut gebunden dachte, bei dessen fortschreitender Mischung wertvolle Anlagen durch Verdünnung verloren gehen würden. Govaino-Thesen stießen auf eine breite Resonanz von Cecil Rutz über Justin Stewart's Schämbärlen, über die von Karl Ludwig Schemann gegründete Govaino-Gesellschaft, den Oldeutschen Verband und das Programm der 1914 gegründeten Deutsch-Völkischen Partei bis hin zum Nationalsozialismus. Sozial-Darwinistische Gesellschaftstheorien Charles Darwin veröffentlichte 1859 sein bahnbrechendes Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Darin beschrieb er die natürliche Auslese von überlebensfähigem Erbmaterial. Eine natürliche, von Generation zu Generation ständig erneuerte Auslese der am besten angepassten Tier- und Pflanzenarten sei die Haupttriebkraft der Evolution zu. Neun Arten 1871 veröffentlichte Darwin das Werk Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Damit teilte Darwin die seit Malthus verbreitete Ansicht, sozialstaatliche Maßnahmen und natürliche Auslese seien unvereinbar. Herbert Spencer übernahm Darwins Begriff Struggle for Life und prägte den oft irrtümlich Darwin zugeschriebenen Begriff Survival auf. Also, hittest, Albert Schäffle entwarf in seinem vierbändigen Werk Bau und Leben des sozialen Körpers das Bild einer Gesellschaftsordnung, die in allen Teilbereichen und Erscheinungsformen der Anatomie des menschlichen Körpers gleicht. Er folgerte daraus unter anderem die Aussichtslosigkeit der Sozialdemokratie, die auf einem illusorischen Gleichheitsprinzip und Menschenbild beruhe. Grundgedanke solcher Theorien war, dass die natürliche Auslese der zum Überleben geeignetsten durch auf unterschiedslose Lebenserhaltung ausgerichtete Medizin und Sozialfürsorge behindert werde. Vertreter dieser Annahme behaupteten, dass eine die natürliche Auslese beeinträchtigende Sozialpolitik zu einer Gegenauslese und damit zu einer allmählichen Schwächung der Volksgesundheit führe. Ein Vordenker der Eugenik ist der Zoologe Ernst Haeckel. Er vertrat die Meinung, dass die Völkergeschichte größtenteils durch natürliche Züchtung erklärbar es daneben aber auch die künstliche Züchtung gebe. Als Beispiel nennt er die Spartaner, die schwächliche, kranke oder missgebildete Neugeborene töteten. Gewiss verdankt das Volk von Sparta dieser künstlichen Auslese oder Züchtung zum großen Teil seinen seltenen Grad an männlicher Kraft und rauer, Heldentugend. Dieser Vergleich sollte später von den Rassenhygienikern und auch von Hitler aufgegriffen werden. Der Philosoph Heinrich Rickert prägte 1899 dafür den Begriff des Biologismus, den er als politisierende Ideologie kritisch von der Biologie abgrenzte. Eugenische Tendenzen fanden auch Eingang in die Arbeiterbewegung. Nach Reinhard Moschek versuchte sich die frühe Arbeiterbewegung ihrer Ziele auf sozialphilosophische und gleichzeitig auf biologistische Weise selbst zu vergewissern. In dem Sinne gab es einen politarischen Biologismus oder eine politarische Befreiungsbiologie. Dabei seien frühe Amphreno-Messmerismus an Franz Anton Messmer und Franz Josef Gall orientierte Ansätze. Zu August Bebels Zeiten vom Neolamarkismus abgelöst worden. Mit Karl Kautsky hätte sich eine kopernikanische Wende der Diskussion in der Arbeiterbewegung abgezeichnet. Bürgerliches Denken habe zunehmend an Einfluss gewonnen. An die Stelle der Wiederherstellung der natürlichen Rechte der Menschen sei nun die Neugestaltung der menschlichen Existenz getreten. Dass sich Kautsky an Fragen wie Entartung und Überbevölkerung wagte, habe dabei zur Herausbildung einer reformistischen Sozialpolitik beigetragen. Eine Reihe von Mitgliedern der britischen Fabian Society war ebenfalls Eugen Nika, der sogenannte Minority Report von B3 Sweep und Sydney Webb. Erste Baron Passfield war unter anderem Grundlage des ersten Programms der Labour Party und eugenisch geprägt. Dies galt ebenfalls für wesentliche, für den britischen wie für den schwedischen Wohlfahrtsstaat formende Persönlichkeiten wie Richard Titmus und Gunnar Mayerdahl.